In diesem Video lernen Sie den durchschnittlichen Lagerbestand zu berechnen. Wir haben hier eine Zeitlinie mit Januar, Februar und März. Wir haben 10, das ist der Endbestand im Dezember bzw. der Anfangsbestand im Januar. Danach werden 5 verkauft, das heißt wir haben im Januar einen Bestand von 5. Wir bestellen 10 dazu, verkaufen 5, haben einen Endbestand im Februar von 10. Wir verkaufen 6, haben einen Endbestand im März von 4. Wir rechnen nun den durchschnittlichen Lagerbestand aus. Der durchschnittliche Lagerbestand gibt Auskunft darüber, wie hoch die Vorräte im Durchschnitt sind. Die Formel ist wie folgt, es ist der Anfangsbestand plus der Endbestand durch 2. In diesem Beispiel ist der Anfangsbestand im Januar 10, der Endbestand im März 4. Normalerweise mache ich das für ein Jahr, in diesem Beispiel mache ich es für das erste Quartal. Das heisst, ich habe 10 plus 4 durch 2, gebe einen durchschnittlichen Lagerbestand von 7. Sind Zu- und Abgänge extrem ungleichmässig, kann folgende Formel verwendet werden. Es wäre dann Anfangsbestand plus 12 Monatsbestände durch 13. Hier noch die Zusammenfassung. 1. 2.